BVB Total im Doppelpass mit der Telekom Oliver, Juventus Turin ist jetzt seit 47, spielen zu Hause ungeschlagen. Ihr habt es leider auch nicht geschafft. Warum hat das heute nicht zum ganz großen Wurf gereicht? Zunächst muss man sagen, dass Juve einfach eine total abgezockte Mannschaft ist, die wirklich darauf gewartet haben auf unsere Fehler. Davon haben wir zwei, zumindest in der ersten Halbzeit, gemacht, die dann direkt bestraft wurden. Wir waren eigentlich gut drin im Spiel, hatten glaube ich auch eine gewisse Zeit an Ballbesitz, die wir dann auch zu Torchancen genutzt haben. Aber leider ist es dann nur zu einem Tor gekommen. Wir hatten auch viele Standardsituationen, die vielleicht bei Bonucci und Chiellini passen hier nicht in den Raum. Wir haben viel weggeköpft. Aber grundsätzlich war das nicht so schlecht und das Ergebnis ist auch nicht so schlecht. Ich glaube, dass wir zu Hause in unserem Stadion eine große Chance haben, weiterzukommen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. A.